Servus zusammen, ich bin heute auf dem Recruiter Slam. Noch ist es leer und wir warten bis es losgeht. Und warum das so eine geile Veranstaltung ist, das seht ihr jetzt. Herzlich willkommen zum vierten Recruiter Slam in Witzelmann. Schön, dass ihr alle da seid. Ich glaube, wir haben heute Abend an die Grünen und die Hals, Isabel. Wirraf! Schön, dass ihr alle da seid. Das war's für heute.